Hey, wir haben ein Problem. Mein Voodoo-Clip. Die Leute, die ihn gucken, machen es nach. Und jedes Mal, wenn sie es tun, spawnt ein neuer Pferdekopf. Hier bei mir. Ich konnte gerade eben noch von einer kleinen Armee flüchten, die hier die Gegend unsicher machen. Erinnerst du dich noch an unser Schulprojekt aus der vierten Klasse? Du meinst doch nicht etwa das Projekt. Genau das. Ich brauche alle Unterlagen. Aber wir haben geschworen, beim Grab unserer Mutter, dass wir nie wieder diese teuflische Maschine bauen werden. Aber sie ist doch gar nicht tot. Ja, aber du weißt, wir haben den Grabstein schon vorbestellt. Null-Prozent-Finanzierung. Sterben ist gar nicht mal so billig, mein Freund. Ich komme jetzt rüber. Ah, ich habe gestern asiatisch gegessen. Und was meinst du damit? Naja, dass ich die nächsten 30 Minuten garantiert nicht von der Toilette runterkomme. Bis gleich und bring Papier mit. Okay, bis gleich. Mann, Mann, Mann. Hast du den Scheiß? Ja, gib mir eine Minute. Und du hast doch wirklich alles komplett. Na, komm her, du. Na, komm. Echt jetzt? Das hast du all die Jahre als Stütze benutzt? Hat er halt die perfekte Höhe. Na also, da ist doch das gute Stück. Wie neu. Die Zeitmaschine. Aber denk daran, Bruder. Die kleinste Veränderung kann die Zeit zersprengen. Ja, ja, ich weiß. Ich habe auch Butterfly Effect gesehen. Und Time Machine. Und Elmanac Project. Und 12 Monkeys. Aber das Voodoo-Video darf niemals gemacht werden. Ja? Okay. Hm. Ich brauch unbedingt neuen Klingelton. Perfekt. Das ist es. 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 Vielen Dank.